Heya, wir sind hier heute wieder bei einer Folge FIFA 17 und ich entschuldige mich ein bisschen dafür, dass ihr jetzt ein bisschen länger warten musstet. Das liegt ein bisschen daran, dass ich ein bisschen erkältungstechnisch ein bisschen angeschlagen war, vor allem mein Hals. Ansonsten war alles okay und ja, ich musste mich halt auch um ein paar Bewerbungen kümmern, denn naja, ne, sind wir mal ehrlich, von YouTube kann ich noch nicht leben. Aber dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall und ich möchte auch heute nicht zu viel labern, denn wir haben jetzt schon quasi 17 Uhr und ich will, dass die Folge heute noch online kommt. Wir spielen heute gegen Schalke und Bayer Leverkusen und dafür werden wir heute gegen Schalke mit dieser Formation bzw. auch Aufstellung spielen. Das 4-3-3 hat richtig gut funktioniert, gegen Olympique Lyon, ich hoffe, das wird gegen Schalke auch ähnlich gut funktionieren. Ähm, Kainz wird heute anstatt Gnabry spielen, weil Gnabry ist halt einfach, ja, dezent im Arsch, den kann man dann vielleicht ganz gut irgendwann später bringen, ne. Da haben wir ja die Möglichkeit, genauso wie Schöpf und überhaupt möchte ich ja Philipp gerne mal im rechten Mittelfeld bzw. auf der rechten Flanke sehen. In der rechten Verteidigung spielt Bauer, wo ich ein bisschen Angst habe, weil der nicht die beste, ja, der ist halt nicht der beste Typ, was Ausdauer angeht. Und ich hoffe, das klappt mit den beiden Außenverteidigern. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich noch eine Änderung, Eggestein wird heute auf der Bank sitzen und Alcicek, denn ich bin in echt ein bisschen enttäuscht von Grilic. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt in FIFA so richtig mit dem umgehen soll, weil er wechselt ja in echt jetzt zu Hoffenheim und, ja, das macht mich ein bisschen traurig. Und ich bin am meisten so, wenn irgendjemand dann in echt wechselt, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Spieler und wechsel den nicht mehr ganz so häufig ein. Deswegen setzt auch erstmal Alcicek jetzt auf der Bank, der ja auch bei uns ZDMer spielen kann, das hat der auch schon bewiesen und das ist auch ziemlich gut. Und, ähm, joa, im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich den schon gezeigt habe, wir haben Flint, der war ein freier Spieler, der ist 18 Jahre alt und hat 67 Punkte. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich nice, kann sogar ZM spielen, heißt, wir hätten sogar einen perfekten Ersatz für Grilic eigentlich. Und dann wollte ich noch einmal kurz auf diese Simulationsthematik eingehen. Ich habe ja so eine Abstimmung gemacht, erstmal vielen Dank an die Leute, die alle mitgemacht haben, das war wirklich geil von euch. Und, ähm, äh, mein Hals, der juckt, das ist heiße. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, das ist richtig geil von euch gewesen. Und auch sowieso vielen Dank an alle, die immer stetig kommentieren und immer einen Daumen nach oben geben, das ist immer sehr, sehr geil von euch und ich freue mich wirklich extrem. So, dann jetzt zu der Simulation, und zwar waren, das ist jetzt sehr komisch, 50% dagegen, dass wir simulieren und 49% waren dafür. Ich weiß nicht, was mit diesem 1% passiert ist, er ist einfach weg. Ich habe keine Ahnung, er ist einfach weg. Heißt, es haben nur 99% abgeschüttet, was irgendwie komisch ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also wie gesagt, 50% waren dagegen, 49% dafür, ist jetzt der neueste Stand, den ich gerade habe, heißt, wir werden erstmal nicht simulieren und die Spiele weiterhin spielen. Apropos Spiele spielen, wir gehen jetzt auch mal weiter rein, weil ich will euch nicht zulabern, denn ich muss mich gleich noch schnell um das Video kümmern, heißt, ich muss das ganz, äh, ganz gut schneiden. Und dann muss ich das natürlich noch hochladen, ähm, weil, ne, ihr wollt die Folge ja heute noch sehen und ich möchte euch ehrlich gesagt nicht noch länger warten lassen, weil das wäre schon hartasi. Wir sind jetzt heute im wunderschönen Weserstadion, ich war zwar leider noch nie drin, aber eines Tages schaffe ich es vielleicht mal tatsächlich ins Weserstadion zu kommen, mal ein Werder Bremen Spiel live zu sehen, das wäre richtig geil. Und zudem haben wir gerade gesehen, dass wir tabellentechnisch nicht sonderlich gut stehen, also nicht meinen Ansprüchen, also ich möchte besser sein. Und Schalke hinkt ganz ihren Ansprüchen hinterher. Ja, Naldo kennen wir ja noch, ne, von Werder Bremen damals, hat ja lange Zeit in Werder Bremen gespielt, beziehungsweise in Bremen. Und ja, Schalke ist 18. Das ist schon hart krass, muss man ehrlich sein. Ähm, ich hoffe aber, ich möchte jetzt kein Aufbaugegner sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das Potenzial dazu, einer zu sein, aber ich möchte das wirklich nicht sein. Ich möchte heute auch mal endlich wieder drei Punkte holen, weil die auch mega wichtig für uns sind. Und ich glaube, man hört und merkt ein bisschen, dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, weil die, ja, tut mir leid. Und ja, dort sind wir Max Meier, der hat auch beim Duisburg Ultimate Team richtig gut gespielt. Und wir wissen, was der für Offensivqualitäten hat, aber anscheinend ist Schalke derzeit nicht so offensiv stark in der Liga. Was ich mir übrigens noch ansprechen wollte, ich habe so ein kleines 3000 Abonnenten Special gemacht, und zwar eine Roomtour. Mich würde das mega freuen, wenn ihr euch die mal anschauen würde, weil, ähm, es gibt natürlich ein paar Einblicke zu mir persönlich und so. Und, ähm, ja, ist, glaube ich, ganz cool geworden. Klar, habe ich noch nicht so häufig gemacht sowas, aber ich möchte generell 2017 ein paar mehr Delocks machen, ja. Das wäre dann ziemlich nice. Muss man immer gucken, wie das möglich ist, und vor allem, wenn mein Zimmer dann ungestaltet ist, werde ich mir, glaube ich, so eine kleine Ecke machen, beziehungsweise werden wir so eine Ecke oder so eine Stelle haben, wo das alles ganz cool aussieht, mit einem relativ cooleren Hintergrund, also diese Delocks. Und ja, was erwarte ich gegen Schalke? Ich möchte auf jeden Fall mal wieder drei Punkte holen, denn die habe ich in letzter Zeit viel zu selten geholt, beziehungsweise wir können der Liga nicht so auftrumpfen. Was vielleicht an dem 1-System lag, beziehungsweise an dem 4-2-3-1, was wir gespielt haben. Oder halt einfach an meinem spielerischen Unvermögen, das will ich gar nicht mehr ausschließen heute. Äh, beziehungsweise, ja, will ich halt nicht ausschließen. Kann ja mal sein, dass ich einfach schlechte Tage hatte und dann solche Pässe wie jetzt spiele. Und jetzt... Taylor, der hat noch... Oh, Alter! Okay. Oh, nö, Taylor, bitte steh auf. Das wäre echt scheiße. Bauer auf Andre Hahn. Ihr seht da Taylor, der verletzte Taylor macht das gut. Boah, starke Parade von... Äh, wer steht denn am Tor? Wir sind jetzt in der Halbzeit und es steht immer noch 0 zu 0 und es ist einfach nicht viel passiert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir hatten eine richtig, richtig gute Chance durch Taylor, der aber leider ein bisschen angeschlagen ist, was, ja, ein bisschen Kacke für uns ist. Ähm, ich hoffe, der kriegt sich gleich ein bisschen ein, sonst werden wir den auf jeden Fall auswechseln müssen. Ähm, was man sagen muss, Schalke ist relativ offensiv schwach. Wir kriegen da spielerisch eigentlich alles ganz gut hin, aber die letzte Entschlossenheit fehlt. Aber das ist auf jeden Fall an für sich noch machbar. Und natürlich glaube ich an uns, weil alles andere wäre irgendwie scheiße, wenn der eigene Trainer sagen würde, ne, schaffen wir nicht. Ähm, was man sagen muss, Andre Hahn macht das wieder super. Also, der ist echt ein guter Stoßstürmer, muss ich gestehen. Mir doch einer in die Kommentare geschrieben, dass irgendwie Andre Hahn bei ihm, ich weiß nicht, in drei oder vier Saisons 120 Tore gemacht hat. Gut, das ist viel. Das wird bei uns jetzt nicht passieren. Glaube ich. Wenn doch, wäre es ziemlich krass. Aber er macht es bis jetzt auf jeden Fall echt super. Und ich hoffe, da passiert noch was vorm Tor der Schalke. Schukomo Ting wird hier verfolgt von Klostermann. Er kriegt den Ball nicht. Schukomo Ting, gute Chance für Schalke. Die beste Chance im Spiel bis jetzt für die. Kainz kriegt den Ball zu Andre Hahn. Andre Hahn. Oha, Alter, mit wie viel Power der dahinter geschossen hat. Äh, leider nicht aufs Tor, sondern irgendwie daneben. Ich weiß nicht, ob ich den hätte vielleicht in die Mitte legen sollen. Aber ich wollte es halt mit Andre Hahn machen. Auf jeden Fall ist der geil in die Schnittstelle gelaufen. Wir werden jetzt zweimal wechseln. Und zwar muss der leider verletzte Taylor runter. Ähm, ich schätze mal, der wird da für drei Wochen ausfallen. Ist ja meistens so. Und Kainz verlässt auch den Platz. Und für Kainz kommt, äh, Serge Gnabry, meine Fresse, ey. Voll der Kopf leck. Und für Taylor kommt im ZUM jetzt, äh, Alessandro Schöpf, der Ex-Schalker rein. Ich hoffe, ach, der wird das schon machen. Und jetzt Tollian. Komm schon, Delaney. Boah, der macht das Tor. Ey, Delaney war so ein guter Transfer, ne. Ich hoffe, der schlägt den echt nur halb so gut ein wie bei uns. Ey, der macht richtig gute Zweikämpfe. Der verteilt den Ball gut. Der rennt halt extrem viel, weil er 90 Ausdauer hat. Ey, das ist einfach stark. Und nice, knapp wie mit der Vorlage. Also, der Junge geht ab wie Schmitzkatze. Ich weiß auch nicht. Ablöser freier Transfer. Und der macht das mega gut. Also, wenn der echt nur halb so gut ist wie hier in FIFA, ne. Dann hat Werder Bremen da einen Königstransfer gebracht, ey. Richtig guter Typ, ey. Wir wechseln nochmal aus. Und zwar ist Jeremy Tollian total im Eimer eigentlich genau wie Bauer. Aber wir haben jetzt Sebastian Schmitz, der normalerweise linkes Mittelfeld spielt. Der kommt jetzt in die linke Verteidigung. Ich habe mich jetzt für Tollian entschieden, weil wir halt mit Schmitz einen haben, der das eigentlich immer ganz gut gemacht hat auf der linken Verteidigung. So, Junior Gaisara. Oh, Ronaldo. Boah, zum Glück köpft der so komisch. Guter Konter. Richtig guter Konter. Die Frage ist, womit den Ball ich schieße? Habe ich so feste gedockt? Ich glaube nicht. Wie, Tiff? So, gefährlicher Freistoß. Und Benedikt Höwedes füllt den aus. Ob die keinen besseren Freistoßschützen haben? Obwohl, der macht das gar nicht so kacke. Demnächst halte ich länger den Mund. Max Meier macht das hier gut. Komm schon. Und der schießt und der... Was? Was? Alter. Das war mit Abstand. Äh, was? Alter, WTF, ey, natürlich. Nicht schon wieder so ein verdammt unglückliches 1 zu 1. Ey, das stinkt mir mittlerweile aus. Boah, Alter, das zackt so hart, ne? Echt schon wieder einfach so ein unglückliches 1 zu 1. Weil die Schalke am Ende irgendwie nochmal eine Chance bekommen. Und Max Meier da ein Traumding macht. Okay, ist vielleicht, ne? Wenn man die Chancen sieht, ausgeglichen. Aber wenn man die Spielanteile, ihr seht ja nie das komplette Spiel. Dann ist das sowas von unverdient einfach nur, ne? Boah, ist das nervig. Das ist echt, echt gemein. Boah. Im Übrigen wird wahrscheinlich... Also ich hab mich, glaub ich, dazu entschieden, den Lamine Sané im nächsten Spiel nochmal neben Klostermann spielen zu lassen. Weil der Lamine Sané hat neben Klostermann ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann wird per Mertesacker halt nochmal ein Spiel auf der Bank setzen müssen. Ein bisschen ärgerlich für den Jungen, aber was soll ich machen? Wir werden mal ein bisschen vorspulen. Wir werden mal ganz kurz auf die... Ja, das mache ich später. Ach, mein Nase juckt grad so. Äh, Spieler verletzt. Oh. Taylor 6 Tage. Toljan hat zu viele gelbe Karten. Achso, oh. Ja, Dropny ist unzufrieden. Was erwartet der denn auch? Schau mal eben, 6 Spieltage sind gespielt. Wir befinden uns auf dem 9. Platz. Schalke... Ja, hat der Punkt jetzt auch nicht viel gebracht. Immer noch letzter. Und jetzt gegen Leverkusen, die auf dem 16. sind. Was ist denn das für ne Tabelle? Leverkusen 16. Borussia Mönchengladbach 17. Schalke 18. WETF! Was ist das? Das ist echt strange. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, ne? Wir sind uns gleich in der Partie gegen Bayer Leverkusen. Ich hoffe, alle Spiele sind dann wieder fit. Alle Spieler. Wir sind jetzt hier in der Bayer Arena. Und ich musste natürlich Toljan rausnehmen, weil der rot gesperrt ist. Für ihn spielt Sebastian Schmitz in der linken Verteidigung. Gnabry ist wieder in die Stammelf rotiert. Und Taylor ist fit genug, kann also spielen, was sehr nice für uns ist. Und die Tabelle sagt jetzt nicht viel aus, außer dass wir Neunter sind. Und Stuttgart Zweiter. Denkt das Spiel gerade für Spiegel gegen Stuttgart? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, es wird glaube ich ein richtig schweres Spiel. Und ich würde mich im Übrigen mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, natürlich immer schön kommentiert. Denn ihr wisst, ich lese mal die Kommentare und ich freue mich auch immer extrem. Also auf jeden Fall mal, auf jeden Fall wieder kommentieren. Das wäre mega schön von euch. Und wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen, ne? Und wir können sehen, Papadopoulos spielt hier Stamm und die haben... Ah, wie ist er denn? Ramalho noch, der mittlerweile glaube ich in Mainz spielt, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und einen Stürmer, den ich sehr, sehr mag mit Kevin Volland. Ich mag Kevin Volland echt sehr gerne. So, letztes Spiel haben wir jetzt. Ja, wieder ziemlich unnötig, nur unentschieden gespielt, wenn man mal ehrlich ist. Das ist echt kacke gewesen. Am Ende einfach noch so ein 1 zu 1 zu kassieren. Tut weh. Hat gegen Stuttgart auch schon richtig weh getan. Jetzt schon wieder so ein Sieg hergeschenkt. Das ist echt scheiße. Also das ist einfach mega unglücklich. Ich denke, das seht ihr genauso, oder? Und ja, Heimo Wasserschneider. Mein Ligger. Hi. Und ich bin auf das Spiel gegen Leverkusen echt gespannt. Wir haben gegen Schalke super gespielt. Ich kann da meinen Leuten keinen Vorwurf machen. Außer vielleicht, dass wir zu blöd waren, teilweise das Tor zu treffen. Oder dass die letzte Entschlossenheit gefehlt hat. Ich glaube schon. Alter, was war das denn? Alter. Klar, zieh einfach mal von da ab. Warum auch nicht? Jetzt kriege ich den Ball hier nicht, weil ich voll dran vorbeirenne. Ramalio macht das hier eigentlich ganz gut. Alter, ich dachte gerade ganz kurz, der wäre drin. Die Leverkusener machen richtig gut Druck gerade. Delaney. Einfach mal schießen. Ja, und direkt auf Leno. Schade. Sehr guter Pass. Und. Gnabry ist stark. Der schießt auch, aber direkt auf Leno. Schade. Genozovic, Freistoß-Experte. Schön. Oh. Verdammt. Ich dachte echt, der Philipp, ey. Falken Gnabry. Wir flanken. Äh. Hä? Du Flasche. Was macht der denn? Jo, Halbzeit. Es steht 0 zu 0 und ich habe irgendwie das Gefühl, über diese Pause, die jetzt unsere Spieler hatten, dass die ein paar Pfunde zugelegt haben. Denn irgendwie bewegen die sich nicht mehr so geschmeidig. Ähm. Die brauchen für so eine Drehung irgendwie total lange. Und das Gefühl habe ich vor allem bei Gnabry. Ich weiß nicht. Gnabry habe ich gerade so ein Gefühl, reagiert total langsam teilweise. Was echt unfassbar komisch ist. Weil ich kriege den oft eingesetzt, aber dann will ich irgendwie eine Körpertäuschung machen, beziehungsweise am Gegenspieler vorbei. Und der braucht lange. Das ist ganz komisch. Also die sollten mal wieder ein bisschen abnehmen, die Leute. Und jetzt Philipp, Philipp. Boah, der macht das super. Das war ein richtig guter Angriff und richtig gut gemacht von Sebastian Schmitz. Muss man... Äh. Das sah unheimlich aus. Ich meine, der Passivor und André Hahn dahin war auch super. Aber Schmitz hat den Ball super behauptet. Und den Angriff haben wir dann auch richtig gut ausgeführt. Und Philipp weiß, wo das Tor steht. Hat der vor allem letzte Saison bewiesen. Und der macht auch einen richtig guten Job auf der rechten Flanke. Und das ist geil, dass die zweite Hälfte direkt so beginnt. Ähm. Das tut richtig gut. Aber jetzt müssen wir auch mal lernen, das Ergebnis zu halten. Und jetzt nicht wieder ein Gegentor zu bekommen. Auf Gnabry, der schießt einfach mal. Aber direkt auf Leno. Ich habe da keine andere Möglichkeit leider gesehen. Au. Das tut weh. Wir wechseln im Übrigen zweimal aus. Und zwar muss Delaney das Spielfeld verlassen. Der ist leider ein bisschen verletzt. Und zwar am Arm. Dafür kommt Alcicek rein. Alcicek ist dann so der offensive Z-Emma. Und Junuzovic übernimmt den etwas defensiveren Part. Und Florian Kainz kommt für den doch schon sehr erschöpften Gnabry rein. Was mich ein bisschen wundert. Alter. Komm schon, Philipp. Oh mein Gott, war das eine krasse Chance. Oh mein Gott. Guter Pass auf Taylor. Taylor läuft alleine aufs Tor zu. Passt rüber. Kann. Nicht mal rüberlegen kann ich, ey. Das war auch so ehrlich gesagt nicht geplant. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass eventuell Hahn den Ball nimmt. Alter, wo schießt der noch hin? Und wir gewinnen mit 1 zu 0. Also ich muss irgendwie mal lernen, die Chancen besser zu nutzen. Das kann nicht sein, ey. Ich bin irgendwie mittlerweile nicht in der Lage, zumindest jetzt in dem Beinspiel gegen Olympique. Neon hat es ja geklappt. Das 2 zu 0 zu schießen. Ich kriege jetzt nicht gebacken. Das ist echt unmöglich fast für mich. André Hahn hat wieder eine richtig gute Partie gemacht im Sturmzentrum. Man muss auch sagen, Alcicek ist auch so einer, der sich wirklich lohnt einzuwechseln. Weil der macht echt Druck von der Position, wenn der spielt. Das ist halt richtig nice. Boah, mein Hals stirbt langsam ab. Aber im Übrigen, überhaupt, die ganze Offensive hat heute gut funktioniert. Gnabry war, also wie gesagt, die Spieler wirken manchmal ziemlich behäbig und ein bisschen komisch. Bin ich ganz ehrlich. Vor allem Gnabry hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Philipp hat heute das Tor gemacht. Hätte noch eins machen können. Naja, wir hätten heute so viele noch mehr machen können, was Tore angeht. Man sieht's. Neun Schüsse, davon vier nur aufs Tor. Und wir hatten halt teilweise echt gute Schusspositionen, wo die Spieler dann irgendwie drüber geballert haben. Was schon irgendwie strange war auf jeden Fall. Eggestein hat jetzt am Ende jetzt nicht mehr so viel gebracht, sind wir mal ganz ehrlich. Aber, naja, trotzdem hat er sich gelohnt einzuwechseln. Wahrscheinlich mehr als Pizarro oder Wagner. Weil der halt einfach mega Potenzial hat. Weiß? Wie Spekulation um Junuzovic. Stefaniak möchte ausgeleitet werden. Das könnte man, da könnte man mal drüber reden. Aber ganz im Ernst, was ist hier mit Junuzovic? Äh. Äh. Ich will, also Junuzovic möchte ich echt nicht loswerden. Und ja, Taylor ist gerade nicht in der Lage, irgendwelche Tore zu schießen. Den kriegen wir aber auch irgendwie nicht mehr. Der macht immer gute Spiele, aber ich kriege den jetzt nicht so aufs Tor, wie halt sonst oft. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Äh, deswegen ist er auch verunsichert und hat ja nur einen Wert von 44 Millionen. Kann man ja mal machen auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, Philipp spielt klasse. Genauso eigentlich wie André Hahn. Also wir scheinen unsere Offensive da vorne auf jeden Fall gefunden zu haben. Jetzt vielleicht noch ein Gnabryder, der nicht ganz so behäbig wirkt. Und dann wird alles super. Also, die Mannschaft ist echt gut. Wir schauen jetzt mal ganz kurz auf die, äh, jetzt muss ich hier drauf gehen. Auf die, wie heißt denn das? Auf die Bundesliga. Wie die Tabelle jetzt aussieht, nachdem wir drei Punkte mal wieder gefarmt haben. Wir sind siebter. Das ist okay mit zehn Punkten, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Äh, sagen wir mal, ja, Euroleague-Plätze sind wir halt direkt dran. Das ist ja unser Ziel in dieser Saison eigentlich. Und jetzt ist im Übrigen bei Leverkusen 18. Und Gladbach 17. Schalke konnte sich anhand eines Sieges einfach mal auf den 13. Platz katapultieren. Ja, okay. So, aber sind wir mal ehrlich. Schalke, Borussia Mönchengladbach und Leverkusen gehören da unten auch nicht wirklich hin. Muss man halt mal wirklich sagen. Ähm, auf jeden Fall war es das jetzt mit der Folge. Ich werde die jetzt so schnell wie möglich bearbeiten. Und dann auch hochhauen. Und falls euch die Folge gefallen hat, bitte auf jeden Fall liken. Es wäre wieder mega geil, wenn wir wieder über die 100 plus schaffen würden. Weil in der letzten Folge hatten wir so um die 140. Das ist einfach grandios. Das ist einfach geil. Das ist halt ein richtig gutes Gefühl. Und wie gesagt, auf jeden Fall mal in die Roomtour reinschauen. Und auf jeden Fall liken, wenn euch diese Folge gefallen hat. Das wäre, äh, Quatsch, kommentieren. Das wäre auch, das wäre richtig schön. Da würde ich mich auch mega freuen, denn ihr wisst, ich antworte eigentlich immer, wenn es Sinn ergibt. Und das wäre einfach mega cool von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ciao.